Machen über zu viele Schaden 30 Schaden Body glaub ich ne Und Kopf halt 60 Schaden Vor uns Spieler mit Bogen 2 Bögen die kämpfen sich mit einem Geil lass die 2 machen Ja auf den linken Ich bin nicht so tot Ja wenn ich dich getötet habe Alex Ich hab dich getroffen Ich schwöre auf alles Und die sind fully loaded Mit allem möglichen Scheiß Ich bin neben dir gespawnt Echt? Ja ich hab das Glück der ist der tausendst Ich komm zu dir Ich schwöre das ist absolut scripted Ähm Ey die haben tausende Hier ist der andere Typ Hey man Hey buddy You alright? Hey 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 Should I pick you up? I pick you up? Should I pick you up? Hey man I pick you up I pick you up Oh Falscher Knopf Ne absichtlich aber hier guck dir es an Hol dir seine Sachen hol dir seine Sachen Bam 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 Da ist einer vor uns äh hier Hit Hit Down Ich schwöreste Du Tier Du Tier Du Tier Du Tier Wieder einer Es kommt wieder einer Der hat schwer Ist down Ich Hinter dir ein Spieler Hinter dir ein Spieler Ist down Holy shit Alter ich seh gar nichts man Ich bin voll kaputt weil ich hier nur am bluten bin und so Ich schwöre ich seh nichts Ich muss warte ich muss bandagieren Ich muss mich erstmal kurz pass auf Ich hab ein paar Bandagen alles gut alles gut Ich hab 2000 Steine sogar Ich seh nichts man Ja ey ich hab hier 2000 3000, 4000 Holz Und hast du den ganzen Typen gelootet da eben vorhin? Ich glaube ja Ok hast du auch seinen Bogen? Ja ja klar hast du Ok Alter Ok ich glaube wir können gehen Ok ich